Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Wir testen heute God's Basement. Ich habe schon eine längere Zeit darauf gewartet, bis die Demo rauskam. Tatsächlich kam, glaube ich, die Demo gleichzeitig mit dem Spiel raus. Ich spiele tatsächlich aber jetzt erstmal die Demo, um zu schauen, ob uns das auch gefällt. So, jetzt bin ich hier im Sprachmenü. Momentan geht nur Englisch. Also, in der Demo. Ist nicht schlimm, wir kämpfen uns da durch irgendwie. Mal nicht mit dem lieben Sky haubrich. Daher auch vielleicht nicht so lustig. Wären wir gerade wach, oder? Hallo? Hehe, irgendwie erinnert mich das ja an was. Alles klar. Hallo, Venti. Wie geht's? Ich hab doscht, gib mal her, du. Oder auch nicht. Ach, Press E, okay. Wir erheben uns. Oder sind wir gerade umgekippt, oder schlafen wir ein, oder? Okay. Okay. Lol. Okay. Gehen wir einfach mal raus. Also, liebe Leute, nicht vergessen, es ist immer noch ein Horrorspiel, ne? Hallo? Oh, ja, sind wir nicht. Oh, ja, sind wir nicht. Ohne. 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 Ah, okay. Hey. Jetzt wird's langsam, äh, gruselig. Also, wenn das Spiel mir gefällt, dann schlage ich das dem lieben Skyhawk vor. Und dann spielen wir's vielleicht zusammen. Weil Horrorspiele zu zweit sind ja immer am lustigsten, wenn man sich zu zweit gruselt. Nicht? 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 Ah, jetzt. Okay. V. Frank Young ist unser Großvater. Margaret Young, unsere Großmutter. Neil Young. Neil Young, ernsthaft jetzt, Leute? Komm. Mann. Der Vater. Sarah Young, die Mutter. Kevin Young, der Bruder. Bruder. Der Bruder, meine ich. Und James Young, das sind wir. Also, dann wissen wir jetzt schon mal, dass wir James heißen. Guck mal, diese Bücher sind so verdächtig. Ruhig im Regal. I see it. Ich lese es jetzt nicht vor. Ihr wisst nie nur in Englisch. Ich geb's offen zu. Ich kann nicht so gut Englisch. Wie das noch gar nicht aufgefallen ist, ne? Also, ja. Egal. Ich lese durch. Familie bei einem Autounfall halb verreckt. Ein Teddy. Ein Stoff-Teddy. Lass mich raten. Jetzt geht die Tür auf. Ne. Klar, wieso? Hallo? Oh, ich hab den Guide hier vergessen. Hohoho. Name, James Young. Status, deceased. Mutter, Vater. Geburtstag. Gott, das Basement-ID. Okay. Noch nicht bestimmt. Der Tag unseres Todes unter Grund. James Young, Ross, rise by his grandmother. Ja, es hat was getriggert. Äh. Hallo? Hab ich hier irgendetwas vergessen? Stehen diese verdächtigen blauen Boxen rum? Bunte Boxen? Äh. Hi. Danke. Sehr nett. Wer auch immer das war. Ist hier jemand und hat der Spechticht? By God, Spechtment. Ist ein tolles Unternehmen. Behandelt Mitarbeiter echt super. Ich find Büroräume so eigentlich auch schon immer. Okay, mich beunruhigt das, dass wir einen Hammer nehmen können. Ach. Ich verstehe. Äh, hallo. Hallo. Ach, mit... Äh, okay. Ja, sicher. Äh. Ach, da geht ja das ganze, äh, Holz da weg, du. Sieht so aus, als ob da jemand steht, ne? Ah, ha, ha, ha. Ei, nun nimm mal das Bode geputzt hier. Das geht aber nicht, du. Da steht doch jemand. Ich bin doch nicht Depp, oder? Ja, da steht auch jemand. Löl. Ah! Du. Penner. Schwartier ab. Ich komm hier mit dem Hammer, mit dem Knüppel. Pass auf, du. Hier. Hier. Wo bist du? Ja, und jetzt einsperren, du Feigling. Ich sehe, du hast deinen Weg nach dem Blüroof. Ich hoffe, du hast nicht zu viel Probleme gefunden. By the way, ich habe vergessen, wie ich bin. Ich habe den Operator für jetzt. Es ist nicht ein offizierter Name, aber ich finde es ziemlich catchy. Du hast eine große Prozesse. So far, we've been having some issues with the lights recently, so you'll need a flashlight. There's one in the next room on a table, next to a radio. It'll be quite handy in the upcoming areas. I know that this may not be what you expected, but the truth is, there are many versions of life after death, and God's basement is one of them. Thank you for trusting me. Your cooperation is greatly appreciated. Once again, if you run into anything suspicious or strange, ignore it to the best of your ability. I'll talk to you again in the next room, after you retrieve the flashlight. Good luck. What the fuck? Locked. Ähm, ja. Hello? Und wieder eine einzelne Putzflasche. Krieg ich da jetzt rein? Hello? Eine neue Notiz. Sehr schön. Dear Mother, sorry I haven't been answering your calls. I know it wasn't your fault, but losing Kevin and Dad has taken a toll on all of us. I think Sarah and I just need some time to grieve and accept what happened. Take care. Your son, Neil Young. Wie hab ich die denn jetzt angemacht? Ach, mit F, ja. Flashlight. Nina! Oh, die zieht voll nach. Oh, Nina hat gefunden. Nina hat, äh, Interactive-Punkt gefunden, äh. I see you found a flashlight. Past this door, things can get quite dangerous. Your memories from your past life are still probably blurry, but they'll start coming back shortly. For the time being, make your way down through the hallway. I highly advise you not to spend too much time looking around. If anything makes an attempt to get your attention, ignore it to the best of your ability. If you see anything or anyone approach you, do whatever is necessary to avoid contact with that entity. Most importantly, do not, I repeat, do not acknowledge their existence. If you follow these guidelines, you should be just fine. Give me a minute or two to unlock the door. Once the screen shows that it is unlocked, you may proceed. I'll see you again soon. Good luck. Danke. Oh, Gott. Hey, hallo, tschüss, tschüss. Ja. Oh, nein. Nein. Nina mag das nicht. Nina mag das nicht. Nina mag das nicht. Wieso geht es denn da nicht weiter? Ihr glaubt gar nicht, wie angespannt ich gerade bin. Und Geltelhaut habe ich auch. Was soll ich jetzt hier machen? Ei, will mich das Spiel dann veräppeln. Warum ist denn hier nur Licht? Hallo? Hallo? Hi. Alles klar? Nee? Die Nina mag hier raus. Boah, das ist ja echt gemein, ne? Da soll ich jetzt nennen, wo die ist. Okay. Oh Gott, wie lange geht diese Demo? Ah, natürlich rot leuchtet es. Okay, warte Baby, ich nehme dich in den Arm. Komm her. Was bist du denn so? Schreckhaft hier. There are several ways. Share it with your friends and add God's basement to your Steam-Wishlist. Hopefully, I will see you again, once the full game releases. To exit to the main menu, press the green button on the table. Okay, thank you. Ja, liebe Leute, das war God's basement. Ja, die Jumpskiers sind schon ein bisschen... Was mache ich da? Ist schon ein bisschen krass so. Aber so finde ich das Spiel eigentlich ganz gut. Und ja, wenn euch das Video auch gefallen hat, dann unterstützt doch den Entwickler und spielt auch einfach die Demo. Da kauft euch das Spiel in die Entwickler hoch. Yeah! Needle Let's Plays hoch? Äh, ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play Together wahrscheinlich. Mit dem Hosenscheißer. Ihr wisst schon, wie ich meine. Okay. Tschüss. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Bye, bye.